Grüß! Grüß euch! Ich bin aus Liedsen. Ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass der Marc aufgekommen ist. Vielleicht passt es nächstes Mal, dass mehrere mit aufgekommen. Ich glaube nämlich, der Marc hat ziemlich viel Spaß gehabt jetzt im Stadion. Und auch in den Bergen hat er mir riesig getaugt. Ja, wir sind sozusagen ein Glücksbringer, der Marc. Wir haben zwar nicht gewohnt heute und ein Tor habe ich auch noch geschossen. Und ja, ich bin natürlich überglücklich. Und ich glaube, der Marc hat ihm auch ganz gut gefallen. Und ich wünsche ihm eine gute Heimreise. Und nochmal einen schönen Gruß nach Liedsen.